So, liebe Leute von heute, herzlichst Willkommen zurück hier auf dem weiten Ozean, wo wir im letzten Part, ja, versucht haben, die Revanche-Insel dort unten, warte mal, ich sagte dort unten, also hier zu machen, aber, ja, wir haben es nicht geschafft. Man muss halt so sagen, der fliegende Pappen-Macho-Para-Cooper, der war uns ein bisschen über gewesen. Ich habe auch bis jetzt noch überhaupt nicht gegen den gekämpft gehabt, der war mir sicherlich irgendwo auch über den Weg geflogen, aber ich habe den gekonnt ausgelassen, weshalb ich dann sowieso keine Ahnung hatte, wie ich gegen den kämpfen sollte. Naja, so nach und nach habe ich das zwar jetzt erstmal auf die Kette gekriegt, aber, ne, den lasse ich erstmal aus. Jetzt machen wir uns erstmal wieder daran, Luigi zu finden. Luigi und seine Pilzinsel. Ja, wo auch immer die jetzt sein mag. Okay, da drüben ist die Kreuzinsel. Wir hatten einmal die Pilzinsel von Luigi gesehen. Das war die Hammerinsel. Aber wo zum Henker war jetzt... Die Pilzinsel, die Pilzinsel. Allzu weit entfernt war sie ja nicht. Hier war die Herzinsel. Ach, da drüben. Jetzt haben wir sie gefunden. Ein Stück grün und verkennbar geformt wie ein Pilz. Diese Insel taufe ich auf den Namen Pilzeiland. Aussehen hatten wir vor einiger Zeit sowieso auch schon mal. Den Hauptwohnsitz der lilanen Luftschlange gefunden. Ist aber auch schon eine halbe Ewigkeit her. Ah ja, wir bräuchten ein bisschen Feuer hier. Wie es mir scheint. Gütiges Gefrierfach. Das ganze Häustin ist ja in einem riesigen Eisblock eingefroren. Hoffentlich geht es den Leuten daran gut, falls denn welche drin sind. Na gut, wir müssen erstmal da... Erstmal eine kleine Entfaltung. Endlich, nach tagelangem Schwimmen bin ich endlich hier. Mein Freund und ich hatten ausgemacht, dass wir uns im Notfall hier treffen. Wo mag der Gute denn nur stecken? Keine Ahnung. Wir bräuchten aber erstmal einen neuen Faltkreis. Anscheinend gibt es bei diesem Baum keinen Faltkreis. Wenigstens aber hier. Also los geht's. Pergamacht aktivieren. Einmal die Entfaltung und Umfärbung. Okay, Feuer frei. Flammenwurf. Hat doch grandios geklappt. Und wir haben noch ein paar weitere Bäume. Aufgetaut und nicht geröstet. Scheint aber keine weiteren Todes hier zu geben aus irgendeinem Grund. Scheint niemand zu Hause sein. Aber wohnt tut hier irgendwer eindeutig. Hm, wie kann sich denn jemand auf so einem winzig kleinen Inselchen verstecken? Vielleicht im Buch? Vielleicht als Stuhl? Vielleicht im Bett? Oder im Hinterzimmer? Schließe messerscharf eine Tür. Bloß fehlt irgendwas. Ganz klar, der Knauf. Ohne Knauf geht sie nicht auf. Ob wir zufällig einen Türknauf oder so dabei haben? Jo. Perfekt, jetzt klappt die Tür wieder. Also wortwörtlich und so. Gott. Luigi, wo bist du, alte Genosse? Da drüben. Was ist hier? Keine Reise ist so weit zur ewigen Glückseligkeit. Ach nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder die Geschichte mit der Glückseligkeit. Was hat es bloß mit diesen eigenartigen Toads auf sich? Danke, ich dachte schon. Ich müsste auf immer und ewig ein Fisch bleiben. Jetzt, Belohnung, zeige ich euch, wo ihr einen Schatz findet. Ja, typisch. Immer wieder diese ganzen Schätze. Na, wie dem auch sei. Luigi. Ich werd verrückt. Das ist ja Luigi. Wie kommt denn hier? Macht er hier einfach so ein Nickerchen? Bruder, jetzt bist du das. Hör, endlich. Wenn du wüsstest, was ich alles hinter mir habe. Ich war schwer beschäftigt. So ganz nebenbei ist es wirklich anstrengend, in einer Latzhose zu schwimmen. Das Beust hier gerade hab ich mir jedenfalls richtig verdient. Denn ich hab ihn gefunden, den Pilzpalast-Schlüssel. Mal wieder nicht. Noch einer von Luigis mysteriösen Funden. Coole Gravierung. Oh, auf dem Schlüssel ist ein kleines Karo-Symbol zu sehen. Sicher ist es der Schlüssel für etwas ganz Wichtiges. Aber es sieht nicht aus wie der Pilzpalast-Schlüssel. Luigi. Du musst jetzt ganz stark sein, Luigi. Denn weißt du, dieser Schlüssel hier, das ist immer noch nicht der richtige. Was? Schon wieder der Falsche. So ein Mutz. Mama Mia. Ach, der hat mir gleich nicht richtig ausgesehen. Er passte doch gar nicht zum Stil der Prinzessin. Ich muss schon sagen, Luigi. Du wohnst in einem total süßen kleinen Häuschen. Dieser Haus? Nein, das gehört gar nicht mir. Ich ruhe mich hier nur gerade aus nach der ganzen Schwimmerei. Ab jetzt, wo ich sage, ich habe hier gar niemanden gesehen, als ich angekommen bin. Ich sollte wohl den Bewohner dieser Insel finden und ihm danken, dass ich hier kurz ausruhen durfte. Mama Mia. Äh, okay. Ah, Simon, Luigi ist jetzt bei uns. Oh. Das war jetzt gut geraten mit dem Keller. Ich bin mal gespannt, ob jemand's hat. Oh. Schau, nur alles voller Origami. Wer auch immer hier wohnt, muss total gerne Origami falten. Ich werde verrückt. Ich weiß genau, wo wir sind. Nach der langen Zeit hatte ich es vergessen. Hör mal, Mario. Ich weiß ja, unsere Reise ist noch lange nicht vorbei. Aber es ist schön, wieder... ...wieder zu Hause zu sein. Zu Hause. Mama Mia. Genau, hier bin ich auf die Welt gekommen. Hier hat mich mein Bruder gefaltet. Er ist ein echter Origami-Meister, müsst ihr wissen. Er hat mich so gut gefaltet, dass ich zum Leben erweckt wurde. Seinemwegen kann ich sprechen, laufen, naja, eher schweben, aber ihr wisst ja, was ich meine. Warte mal, stopp. Dein Bruder hat dich alles auch gefaltet, aber dein Bruder ist doch auch eine Origami-Figur. Wer hat denn ihn dann gefaltet? Ich kann euch hören. Ich bin an einem Ort zwischen den Dimensionen gefangen. Hey, helft mir bitte. Ach, nicht das schon wieder. Hier ist jemand, diese Stimme. Vielleicht gehört sie der Person, die mein Bruder gefaltet hat. Dann muss es also der Besitzer des Häusleins sein. Los, Bruder Erz, lasst ihn uns befreien, irgendwie. Mama Mia. Ja, Mama Mia. Okay, ich sehe schon den Grund. Warte mal. Schau mal, Bruder, jetzt oben liegt ein Buch, oder? Komisch, Umschlag. Und das Regal ist so hoch, um dran zu kommen. Ein normaler Sprung wird da nicht reichen. Moment, ich habe da eine spitzen Idee. Los, verpasst mir eine mit deiner Mama. Okay. Hat geklappt. Teamwork. Die Faltfibel des Lebens. Die Falterweckung ist die Krönung der Origami-Techniken. Sie erweckt gefaltete Kreationen zum Leben. Das meistens der Technik verlangt langwieriges Üben, ruhige Hände und starke Emotionen. Die Liebe des Falters zur Kunst des Origami muss jedenfalls der Kreation erfüllen, damit diese erwacht. Die Falterweckung. Wurden mein Bruder und ich durch sie ergefaltet? Hat sie uns zum Leben erweckt? Anscheinend. Oh, ein Faltkreis. Nicht gerade ist er überraschend mehr. Aber gut. Wo kann ich denn jetzt erstmal hier was abreißen? Ah, genau hier. Boah, danke für die Rettung, Danu Mario. Na, sowas in echter Berühmtheit. Besucht meine kleine Werkstatt und Luigi ist auch dabei. Ich bin der Origami-Meister und verbringe meine Zeit hier mit dem Falten meiner Werke. Von morgens bis abends jeden Tag. Was bin ich smart? Ich liebe einfach Origami. Ein Origami-Künstler, sag mal, hast du vielleicht, hast vielleicht du, mein Bruder Olli, gefaltet? Olivia, wow, ich krieg Eselsohren. Bist das wirklich du? Ich dreh durch. Du siehst genauso aus, wie ich dich entworfen hatte. Aber wer hat dich gefaltet und warum ist Olli nicht bei dir? Es ist alles verschwommen, aber ich erinnere mich noch an Folgendes. Flashback einmal bitte. So ist es also. Ach, Olli, wie konntest du laut der dunklen Seite der Origami-Macht verfallen? Deine Vermutung trifft zu, Olivia. Ich war es, der dein Bruder seiner Zeit faltete. Ich bin euer Vater. Er sollte ein einzigartig schönes Werk werden. Deswegen habe ich ihn mit einer besonderen Geheimtechnik zum Leben erweckt. Nun ja, vielleicht hätte ich allerdings nicht das Buch Zeref für dieses Unterfangen benutzen sollen. War vielleicht zu dämonisch, das Buch gewesen. Naja, Olli war stolz und stark. Doch es war auch viel Zorn in ihm. Und so sperrte er mich ein an einem Ort zwischen Licht und Dunkelheit in der Wand, der anscheinend in Wirklichkeit nur zwischen Wand und Tapete war. Na ja, irgendwie schon enttäuschend. Danach muss er dich gefaltet haben, Olivia. Und wie mir scheint, hat er danach obendrein meine besten Origami-Werkzeuge mitgenommen. Sag mal, Origami-Meister, eine Frage. Warum hast du Olli denn überhaupt gefaltet? Olli sollte auf diesem Schloss hier residieren, das ich für das Origami-Fest gefaltet hatte. Ich nannte es Kastell Knick. Olli, der Origami-König und seine Schwester Olivia sollten die Krönung meines Werkes werden. Naja, ich habe nicht oft Gelegenheit, meine Werke zu präsentieren. Da habe ich möglicherweise ein klein wenig übertrieben und, wie dem auch sei, die dunkle Seite der Origami-Macht aus Versehen entfaltet. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Olli es tatsächlich geschafft hat, dich zu falten, Olivia. Das bedeutet, Olli nun die Kunst der Falterweckung beherrscht Origami. Dass Origami falten kann, so etwas ist wieder die Natur. Und es ist alles meine Schuld, ich hätte die Falterweckung niemals selbst einsetzen dürfen. Verdammter Schwarzmarkt-Handel der Bücher. Sag das doch nicht, Origami-Meister. Ich bin so froh, dass ich am Leben bin. Ich habe so viel Schönes gesehen, so viele Freunde gefunden. Es gibt so viel, an das ich mich für immer erinnern werde. Und ich weiß, dass ich meinen Bruder wieder zur Vernunft bringen kann. Wir werden ihn überzeugen, seinen Zorn zu vergessen und wieder friedlich mit allen zusammenzuleben. Ob Origami oder nicht. Ach so, da fällt mir was ein. Dann brauchen wir immer noch den Pilzballer-Schlüssel. Mama Mia, was mache ich noch hier? Ich muss den Schlüssel finden. Macht's gut, ihr drei. Bis später, Budeärztin. Beim Thema Schlüssel, wir haben jetzt doch Luigis Karo-Schlüssel. Was man mit dem wohl öffnet? Die Schlüssel von ihm waren bisher jedes Mal super wichtig. Vielleicht ist der Karo-Schlüssel ja auch ein Hinweis auf unser nächstes Ziel. Er muss was mit der violetten Luftschlange zu tun haben, Mario. Ich bin mir ganz sicher. Wenn wir den weiten Ozean weiter erkunden, wird uns dieser Schlüssel sicher irgendwann von Nutzen sein. Bemerkenswert, wirke bemerkenswert. Deine Reise mit Mario hat dich stark gemacht, Olivia, und gütig. Ich habe dich zwar nicht selbst gefeilt, Olivia, aber ich bin stolz auf dich wie ein Vater. Leider weißt du nicht, wie man Olli aufhalten kann. Ich habe es ja schon einmal nicht geschafft. Ich muss ihn euch überlassen. Ich bitte dich, Mario, pass gut auf Olivia auf. Gut, dann mal los, lass uns mein Bruders Handwerk legen. Okay, Pilz Island. 100% Todrettung. Hm, aber Mama mia. Halt, wartet noch kurz. Hier, nimm diese Notizen, Olivia. Vielleicht können sie dir ja helfen. Ist es etwa, wow, du liebe Güte, danke Origami-Meister. Wow, das wäre echt lieb. Also dann, Mario, machen wir uns auf den Weg. Und was hast du erhalten? Das wüsste ich ja gerne. Was für Notizen waren das jetzt? Etwa die geheime Kunst des Uigamis? Die Kunst zu falten, ohne zu falten? Oder irgendwas anderes? Na, wie dem auch sei. Mal sehen, wo wir jetzt mal unsere Reise fortsetzen werden. Ich habe zwar eine Idee, wo genau wir jetzt hinmüssten. Wir müssen jetzt irgendwie oder irgendwo zur Mitte von Karo Peak. Äh, nein, ich meine natürlich von Mond Peak und so weiter und so fort hin. Wir müssen den allmächtigen Karo Schlüssel nutzbar machen. So gut es nur gehen mag. Das Geheimnis wird sich offenbaren. Warte, was ist das? Nichts Besonderes, wie es mir scheint. Aber irgendwas ist hier versteckt. Aha, ein geheimer Schatz. Na gut, dann erstmal wieder zurück an die Oberfläche. Tja, der Origami Arbeitstisch. Auch nicht so übel. Aber ich schätze mal jetzt als nächstes sollten wir mal wohl oder übel versuchen, das Geheimnis des Karo Schlüssels zu lüften. Aber wo genau mag sich jetzt das Geheimnis hier verbergen? Tja, das altertümliche Geheimnis. Karo oder nicht Karo? Das ist jetzt hier die Frage. Es könnte natürlich auch sein, dass der Karo Schlüssel der Schlüssel zur nächsten Luftschlange sein mag. Tja, oder wir schauen jetzt uns hier oben noch mal ein bisschen genauer um. Vielleicht haben wir auch hier irgendwo was Besonderes übersehen. Tja, aber es sieht aktuell nicht danach aus. Tja, wir tauchen noch einmal ab. Bisher hilft mir die Luftschlange überhaupt nicht weiter. Tja, da muss ich wirklich erst mal zum Ort der nächsten Luftschlange hinreisen. Okay, das ist schon mal der falsche Weg. Warte mal, hat vielleicht dieser Shy Guy eine klitzekleine Hilfestellung für uns? Es soll auf dem weiten Ozean elf Inseln geben. Keine Ahnung, nur wo die alle sind. Elf? Drei, sechs, neun. Okay, zum einen gibt es jetzt hier diese Insel. Huch, der ist ja riesengroß, was das für eine Insel ist. Ein hoher Turm auf hoher See. Ich würde sagen, dieses Bauwerk nennen wir den Hochseeturm. Na gut, es ist der Hochseeturm, aber es ist immer noch nicht die Karo-Insel. Die violette Luftschlange windet sich bis ganz nach oben. Die Sache wird wohl schwieriger als erwartet. Tja, wir können ja mal erst mal sehen, was da so ist.